Wir haben viele Songs wie den auch gerade eben so ganz neue Versionen gegeben, um die für mich auch wieder aktueller zu machen, spannender zu machen, teilweise auch sehr anders als die Originale, zum Beispiel den, die wir jetzt spielen, Musik, um durch den Tag zu kommen. Das war so ein super happy Beat, da habe ich mir den Text nochmal angehört, gemerkt, es geht um Arbeit und jeden Morgen aufstehen, um zur Arbeit zu kommen, weil Arbeit ist total traurig, ist mir irgendwann aufgefallen. Jeden Morgen aufstehen müssen, zur Arbeit gehen, zu wissen, jetzt geht Samy Deluxe, gerade frühestens ins Bett. D.C. ist einfach nur Musik, um durch den Tag zu kommen, weil morgens früh aufsteh' auf dem Weg zur Arbeitssong, D.C. ist einfach nur Musik, um gut durchs Jahr zu kommen, D.C. ist einfach nur Musik, um gut durchs Jahr zu kommen. Moin Moin. Ich sag, es ist egal, was du machst oder tust was, wichtig ist es, dass du, was du machst, wirklich gut machst. Viele versuchen ihr ihr Bestes zu geben und stehen jeden Morgen auf, nur für ein besseres Leben. Gehen vom Busfahrer bis hin zum Bäcker, Tischler bis hin zum Klempner, Lehrer hin zum Professor, Klassenclown zum Klassensprecher. Alle Leute auf dem Bau, an alle Leute in Büros, an alle Leute in Uniformen oder komischen Trikots, aber ohne muss nix los. Deshalb stehen wir auf, packen unsere Sachen, gehen zur Arbeit gehen, schaffen ums zu schaffen, ja. Viele Leute müssen Hasseln, ums zu schaffen, manche Leute brauchen Waffen, ums zu schaffen. Es ist tragisch, aber die Motivation ist immer die gleiche. Es gibt zu viele Arme, zu wenige Reiche und die Armen versuchen meistens wie die Reichen zu werden. Auf vergebens, bis sie irgendwann im Altersheim sterben. Doch dies ist einfach nur Musik, um durch den Tag zu kommen. Der morgens früh aufstehe auf dem Weg zur Arbeitssong. Dies ist einfach nur Musik, um gut durchs Jahr zu kommen. Immer nur am Rätseln, wie wir endlich an das Bahre kommen. Musik, um durch den Tag zu kommen. Der morgens früh aufstehe auf dem Weg zur Arbeitssong. Dies ist Musik, um gut durchs Jahr zu kommen. Denn wir leben hier in Babylon. Manche Jobs sind hart für den Körper, andere hart für den Kopf. Manche haben mehrere und manche haben keinen Job. Es geht an euch, wenn ihr am Arbeitsamt hockt. Euer Geld kassiert und denkt, zum Glück habe ich keinen Job. Doch ich bin glücklich, denn ich habe einen Job. Der mir wirklich Spaß macht und das ist wahre Erfolg. Denn viele machen Cash, doch haben keinen Bock jeden Morgen aufzustehen. Denn sie haben den falschen Tag. Und es hat viel um den Verstand gebracht. Doch ich persönlich glaube, unsere Eltern haben keinen hier umsonst gemacht. Jeder hat irgendein Talent und ne Berufung. Nun setzen leider wenige diese in ihren Beruf um. Denn durch die Fernsehsender hat vieles sich verändert. Heute wird man statt dem Klempner lieber Tänzer oder Gangster. Ist wichtig, das ist ein cooler Job. Bis alle Mädels wünschen sich plötzlich, sie wären Supermodels. Der Bäcker wird Rapper, doch wer backen wie mein Brot? Und wo ist der Klempner bei der nächsten Überschwemmung im Klo? Man, jeder Beruf ist wichtig, sonst würde es ihn gar nicht geben. Man muss sich für gar nichts schämen. Vor allem nicht Leute, die pflegen. Und Müller-Pfuhr, Putzkräfte, sogenannte Drecksjobs. Aber auch dies Land genauso wie ein Manager an seinem Laptop. Den Chefkoch, Sportler, Verkäufer in den Läden. Wie den Postmann, wie den Doktor, alle Leute, die hier leben. Denn... Ich sehe es einfach nur Musik, um durch den Tag zu kommen. Denn morgens früh aufstehe auf dem Weg zur Arbeitssong. Ich sehe es einfach nur Musik, um gut durchs Jahr zu kommen. Immer nur im Rätsel, wann wir endlich an das Bar bekommen. Musik, um durch den Tag zu kommen. Denn morgens früh aufstehe auf dem Weg zur Arbeitssong. Musik, um durch den Tag zu kommen. Moin Moin. Musik, um mit demすごい cryptocurrencies an dem Weg zur Arbeits llegar. Musik Musik, um durch den Tag zu kommen. Musik